ich glaube wir haben verdächtige was soll denn jetzt los was geht ab ok ich würde sagen wir müssen uns dann jetzt wohl für den richtigen entscheiden und da ist natürlich naheliegend dass wir wahrley nehmen einfach weil der auch die moskitospirale hat das ist nicht schlimm es ist keine schande angst versuchen wir es schauen wir mal war der arbeitsplatz 18 35 überraschung ok können wir jetzt eigentlich er ist getötet von einem schuss in den fuß natürlich das macht sinn okay ich hatte mal irgendwo gelesen dass man warmschüsse abgeben kann die leute aufzuhalten das hat ja aber nicht so funktioniert aber dass er auch von dem schuss in den fuß stirbt ist schon ein bisschen seltsam na gut dann versuchen wir es mal mit rennen ich habe dich nicht mal getroffen wirst du mich verarschen ich habe ich habe weit vor dir geschossen was ist denn das für eine damage box also leute mal ehrlich man könnte sich wenigstens mühe geben die damage box nur auf den charakter zu beschränken das könnte helfen mann 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 wozu habe ich eigentlich die waffe in der hand wenn ich sie nicht mal für warnschüsse benutzen darf das ist seltsam ich hätte mich auch in das auto schwingen können fällt mir gerade so auf na gut dann machen wir es mal wirklich nur mit laufen auch ohne warnschüsse oder irgendwas wird schon funktionieren kleiner baustellenrunnen hier lassen wir noch durch ok ich glaube unserem freund geht grad die buste aus jetzt haben wir ihn wohl denke ich mal oder ja komm her er gibt dich blip 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 Warum hast du von uns geschaut? Ich werde ein wildes Gefühl, dass du das gleiche Reginald Varley bist. Die Detroit-Polizei haben eine gewisse Warnung. Wie habe ich damit gemacht? Ich brauche einen Lawyer bevor ich spreche mit dir. Reginald Varley, du bist unter Arrest für eine Reihe von Arsons. Du bist auch unter Arrest für Mörder. Der Detroit-Polizei wird eine Reaktion für deine Extradition. Bis dahin, du bist ein Gäste. Arsons, du kannst nicht das Rappen auf mich. Sei ruhig und sei dankbar, dass wir dich nicht schütteln. Sind alle die Beine in dieser Stadt verrückt? Geh sie weg, Officer. Das ist eine Empörung, klang ehrlich, muss ich zugeben. Okay. Dann probieren wir es mal mit dem nächsten auf der Liste. Kann ich schaden, alle einzubuchten? So, dann nehmen wir als nächstes Mal Ryan, würde ich sagen. Schließlich sind das diejenigen, die auch die Boiler kontrolliert haben und gewartet haben, die dann hochgegangen sind. Ach, der ist ja gleich nebenan, ist ja super. Na, das bietet sich doch an. Schauen wir mal hier. Ach, schwommen schon. Ach, natürlich. Also dann, Bix, pack die Waffe aus. Los geht's, Bix. Du darfst Zielen üben. Oh Gott. Was ist denn das für ein Weg, den der fährt? Ja, ja. Ich bin unterwegs. Beschwerst du dich gerade über meinen Fahrstil? Sauerei. Bei der Baustelle kann man halt auch schon mal hängen bleiben. So, aber wir sind ja dran. Ich meine, der kommt da nicht weit mit der langsamen Kiste. Ich bin noch dran. Ich hab ihn noch gerade eins verpasst. Falls du es nicht mitbefügt hast. Wow. Das ist sympathisch. Ich glaub, für ihn hat sich's erst mal erledigt mit der Flucht. Hande hinter dir. Warum hast du geflogen, Ryan? Ich war schockiert. Du hast eine Chance, dich schockiert, Ryan. Matthew Ryan, ich habe dich verpasst. Ich habe dich über die Angst, dass ich eine Reihe von Arsons verletzt habe. Okay. Bleibt noch einer. Gut, auf zum Letzten. Zu Mr. Clemens. Und bei dem, ja, weiß ich auch nicht. Der hat ja bisher noch nichts verbrochen. Zumindest hat er noch nichts gemacht an irgendeinem Haus, an dem auch was hochgegangen ist dann. Aber, wenn er auch irgendwie schuldig ist, dann nehmen wir ihn natürlich auch mal hops. Das war derjenige, der schon wegen Brandstiftung mal eingesessen hat, ne, glaub ich. Ja, warte, ich guck zumindest mal, wo es ist. So der Höflichkeit halber. Nee, viel zu weit weg. Lassen wir. Okay, also auf zum Mr. Clemens und dann mal schauen, ob wir bei ihm vielleicht den Treffer landen können. Ich hoffe, ich muss dann am Ende nicht entscheiden, wer es war, denn ich habe keine Beweise. Es gibt keine Beweise für irgendeinen davon. Das wäre dann nur reinste Vermutung und das wäre irgendwie mal wieder schwachsinnig. Ich hoffe, darüber sind wir mittlerweile hinaus. Das hatten wir ja damals im Morddezernat, das muss jetzt nicht wieder sein. So, aber da er wegen Brandstiftung mal dran war, könnte das natürlich schon sein, dass er unser Kandidat ist. Schauen wir mal. So. Clemens Arbeitsplatz. 19.30 Uhr. Biggs, LAPD. Wir wollen einige Antworten und wir wollen sie schnell. Okay, okay. Was ist das alles? Just tell me what you want. Oh, diesmal bloß mit Befragung. Gar nicht eingeknastet, ne, sowas. Du kennst Reginald Varley, oder? Keine Ahnung. Das bringt uns alles nichts so richtig. Höchstens die Liste der Gasinstallateure, aber ich weiß nicht, ob die sich zwangsweise kennen müssen, ganz ehrlich. Hm. Ich gehe mal auf Anzweifeln. Äh, nicht, nein. Das ist ein realer Vipersnest, das Insta-Heat hat, nicht? Arsonisten, Mörderer, Kommunisten. Was hat das mit mir zu tun? Du kannst nicht, dass ich alles hinterher beweisen. Was, dass du ein Kommunist bist? Doch, das kann ich nachweisen. Also, wenn ihr jetzt darauf hinaus wollt, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich darum geht, aber ich nehme das jetzt mal, mal schauen. Okay, sorry. Das war ein bisschen sehr verwirrend und missverständlich gerade, die Formulierungen und die Gegenfrage und so. Ich wusste jetzt nicht, was genau ihr von mir wollt, also worauf ihr hinaus wollt, von daher wusste ich jetzt auch nicht, was ich da nehmen soll. Egal. Du bist licensiert und arbeitest für Insta-Heat? Ich habe einen Kontrakt für sie. Also was? Äh, gibt es hier irgendwas, was wir da nehmen können? Achso, wegen der Polizeiakte, natürlich. Deswegen noch bestimmt, oder? Du möchtest Feuer, nicht wahr, Clemens? Du serviert das Haus auf Kenmore Avenue. Du manipuliert die Regulatoren-Valve. Ich erinnere mich nicht, dass ich einen Job auf Kenmore Avenue arbeiten konnte. Viel weniger sabotage in dem Ort. Was Probe hast du denn? Ist Kenmore Avenue, dass das halb einmal verknackt wurde? Äh, wo ist denn das hier? Ähm, eine Clemens-Polizeiakte. Steht nicht da. Keine Ahnung, ob das das ist. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach. Es ist halt blöd, wenn nur so wenige Informationen dastehen, weil mir das nicht weiterhilft, irgendwie. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal, grad. Hast du ein Problem damit? Scheiß drauf. Es ist irgendwie komisch. Na gut, Verbindung zu Matthew Ryan, die können wir ja herstellen über die Flugblätter. Jetzt kommt das. Vielleicht hätte ich vorher einfach mal anzweifeln nehmen sollen, aber okay, dann nehmen wir jetzt zumindest. Die Frage ist, dann nehmen wir jetzt, äh, ja, wir nehmen dann Clemens-Flugblatt wahrscheinlich. Das war ja die Frage, ob er dazugehört. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. Huwak might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. Clemens, for someone with your record, I would expect a little more cooperation. We have three suspects. As much as I'd like it to be, Chapman, I think it's one of the other two guys. Let's get to the station and close this case. Na gut, ich bin auf, äh, also ich würde sagen, das ist, äh, wie ist der mit V? Ich hab's vergessen. Der mit V halt. So, also auf zum Revier. Schauen wir uns das Ganze mal an. Müssen wir uns jetzt also doch entscheiden, wen wir nehmen. Ja, die Befragung lief jetzt grad scheiße, aber ich fand auch die Fragen irgendwie, oder den Verlauf des Gesprächs, wenn man dann auf Lüge gegangen ist, irgendwie seltsam, muss ich sagen. Das ist immer so, ja, ich werd nicht damit warm werden, wie das Ganze geregelt ist, wie das aufgebaut ist, aber was soll's. Er ist ja sowieso nicht unser Verdächtiger direkt, von daher, völlig egal. Wilshire Revier, 19.30 Uhr. So, schauen wir doch mal. Ich hab zwei Suspekte. Phelps, du hast nichts. Biggs. Ryan ist wundern für dich in Interview 1. Varley ist in 2. Hey Hopkins, du praktischst in deiner Arschlussroutine wieder? Komm mal, Phelps. Oh Mann, was für Pisse. Unglaublich. Gut, ich würd sagen, wir gehen erstmal in die... Ne, gehen wir erstmal in die 1, weil die 2 ja dann der Abschluss sein wird, denk ich mal. Schau dir selbst ein bisschen Zeit und geh das Ding aus deiner Arschluss. Wenn das dein öffnende Gambit ist, dann besser versuchen wir es wieder. Also willst du die Welt ändern, Ryan? Ja, ich mache das. So macht jeder rechtliche Person. Jason, und du machst deinen Teil? Ja, ich mache das. Das betrifft, dass die Wasserwärter zu zerstören, um eine Firma zu zerstören zu haben? Ich habe keine Ahnung, was du jetzt sprachst. Keine Ahnung, das war... Also sorry, Gesprächsläufe sind echt dumm diesmal. Eine Verwaltung für Sedition und Verwaltung wird Wunderschöne für seine Reelektionskampagne. Ein tolles Mal, aber ich habe nichts, was zu verlieren. Es ging um anarchistische Literatur und der fing an mit einem Beweis dafür, dass der Kerl die Insta-Heat-Modelle hochgejagt hatte. Also, sorry, aber es hatte nichts miteinander zu tun, die Frage, die hier steht und die, die er dann gestellt hat. Die Gesprächsläufe, absolut dämlich. Du weißt, wie ein Diaphragm in der Regulatoren-Valve von einem Model 70-Heater. Nein, ich habe nicht. Nicht, solltest du aber wissen. Mal ehrlich, also man sollte doch wohl als Installateur wissen, wie man ein Ventil umdrehen kann. Äh, ja, nee, einen Beweis habe ich dafür ja sowieso nicht, ne? Glaube ich. Äh, wir haben natürlich den, warte mal, Boiler von Ryan gewartet. Ähm, sollen wir den mal anbringen? Das könnte vielleicht... Probieren wir das mal. Ich schaue mal, was er sagt bei Lüge. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Looks like you're the one who needs advice on how to do his job. Nene, halt die Fresse. Äh, es ist, sorry, ich find's irgendwie, äh, ich weiß auch nicht. Es ist so, äh, pff, ganz ehrlich. What can you tell me about the suburban redevelopment fund? Nothing. Nothing, nein. Ich denke, suburban ist eine Front für deine anarchischen Freunde. Sie sind arrangiert, um die Leute aus der Stadt zu sein, während ihr ihre Hände unterbauen könnt. Aha. Suburban? Was hat das mit mir zu tun? Das ist Varleys Bilk. Er ist derjenige mit dem kohsischen Verkaufs mit den Faschisten. Eben, ich fand auch die, äh, Idee jetzt seltsam, die Cole geäußert hat. Wäre mir nie in den Sinn gekommen. Das wird irgendwie vom staatlichen sein. Und, äh, im Prinzip hat Ryan jetzt gerade Varley verpiffen. Du hast, äh, eine Geschichte von Verkaufs, ich habe kein solches Ding. Ach komm. Die haben wir doch bestimmt auch hier mit drin stehen, oder? Äh, Ryans Polizeiakte, natürlich. Alter, ich kann auf Polizeiakten zugreifen. Bist du eigentlich bescheuert? Na komm, Ryans Polizeiakte. Du warst mit einem verabschiedeten Verkaufs, Ryan. Es war ein Verkaufsverkauf. Keine kriminalische Verkaufsverkaufs war das Verkaufsverkauf. Sie sagten, dass sie nicht wussten, dass die falsche Heeter-Installation ein Feuer geben würde. Alles, was ich weiß, ist, dass ich meine ganze Familie verloren habe. Und die Firma, die verantwortlich war, hat mit dem weggezogen. Was würdest du tun? Welche Firma? Die Facedos-Water-Water-Kompanie. Das ist es für den Moment, Ryan. So kann ich gehen? Klar. Als nächstes, als dein Red-Friend das Gebäude verbringt und erzeugt, wird du dein Seat, bis wir entscheiden, wie lange du dich umschlagen kannst, Knucklehead. Okay, dann werden wir mal nach drüben gehen. Und ich denke, bei einem fehlgeschlagenen Verhör bleibst du mein einziger Verdächtiger. Aha. Ich weiß nicht, ob das damals auch bei dem einen Fall, wo ich hätte entscheiden müssen, mein Problem war, wobei ich nicht der Meinung war, dass ich da das falsch gemacht hatte. Na gut, schauen wir uns den mal an. Den halte ich eh für Verdächtiger. Wir haben Matthew Ryan in Kustody, Varley. Ich denke, alles, was wir tun müssen, ist, ihn über das fragen, und er wird dich ausreden. F*** Ryan, der pinko-Bastard. Habt ihr noch auf einem Ort auf Rosewood Avenue gearbeitet? Ein Fremdchen von Sawyer. Vielleicht. Ich bin aus der Stadt, ich gehe, wo sie mich senden. Ich mache nicht viel Verbraucher, ich bin auf neuen Installations. Ach komm. So, schauen wir mal nach, ob das mit drinsteht. Man muss ja erst mal schauen, ob das hier irgendwie wirklich mit drinsteht. Ja, Boiler von Varley gewartet. Wunderbar. Warum schiebst du mir, Varley? Wenn Suburban möchte, dass ihre neue Installationen eröffnet, warum schiebst du mit Rex, wie das Sawyer-Haus? Also, ich schiebst, weil ich nicht erinnere, ob ich da war oder nicht? Wie kannst du es tun, dass ich es war? Gut, äh, wo haben wir es denn? Boiler von Varley gewartet. Dein Name ist auf der inside-Tür des Wasserbeutels. Okay. Du hast mich da. Ich meine, ich gestehe, das ist ein. Suburban? Ja, ich wollte diesen Mann raus. Sawyer hat sich immer auf dem, dass er nicht ein Wasserbeutelservice zu bekommen hat. Also, sie haben ihn in einen freien Service als Schraub. Ich denke, du hast ihn auch gespielt. Weil er noch nicht verkauft. Was würde die Diaphragma von einem Insta-Heat-Model 70 tun? Ja, ich habe den Fehler gemacht. Du bekommst einen großen BANG, wenn du den Pilot wieder aufhörst. Also, du hast nicht die Wasserbeutelser in der Sawyer-Haus sabotage? Nein, ich habe nicht. Wollt ihr in deinem Kopf? Vielleicht, oder? Spirale zur Moskito-Abwehr aus Reginalds Varleys spinnt. Damit vielleicht? Könnte das vielleicht sein, dass ihr darauf hinaus wollt? Mal schauen, was bei Lüge hier gesagt wird. Ich glaube nicht, Varley. Ich glaube, Suburban wollen Hausbeutels, die nicht aus dem Weg zu verkaufen wollen. Ich glaube, du bist aus deinem Kopf. Wo ist die Wahrheit, dass ich alles getan habe, um zu diesem Feuer zu bringen? Das ist aber... Das passt nicht so wirklich. Es ist halt irgendwie blöd, was es eigentlich für Reglementier ist. Das steht da dran. Ähm... Ach so! Na klar, das Reglementier, an dem wurde doch herumgespielt. Also, das ist doch eigentlich unser Beweis, oder? Der war ja auch der, der am Sawyer-Haus herumgespielt hat. Und bei dem wurde ja festgestellt, dass das falsch herum war. Probieren wir es mal. Nicht... Aber Leute, das ist doch ein Beweis, dass daran herumgespielt wurde. Natürlich ist das ein Beweis. Wir nehmen ihn sowieso, aber... Aber mal ehrlich, dieses Ding wurde gefunden. Und es wurde festgestellt, dass die Membran darin herumgedreht war. Also ist das doch natürlich ein Beweis, dass das Ding manipuliert wurde. Das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Wir beschuldigen ihn trotzdem. Und damit ist gut. Reginald Barley, ich versuche dich für eine Reihe von Arsons. Und für die Mörder von Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, und Jessica Sawyer. Ich bin kein Kriminein. Ich kann nie ein Beweis auf dem Haufen gehen. Ich kann nicht mehr ein Beweis auf dem Haufen gehen. Ich kann nicht mehr ein Beweis auf dem Haufen gehen. Ist mir egal. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Interessiert mich nicht. Das war ein absolut beschissen konstruierter Fall. Also nicht der Fall war beschissen konstruiert, sondern die Gespräche waren mal wieder unglaublich beschissen gemacht. Clemens hat vier Jahre wegen Brandstiftung gesessen und würde sein Motiv bei einer Befragung gerne erläutern. Den konnten wir aber nicht mit aufs Revier nehmen. Das ist irgendwie seltsam, ganz ehrlich. Also ich werde einfach nicht warm mit dieser beschissenen Umsetzung der Befragung. Ganz ehrlich, die ist einfach kacke. Die ist kacke. Und wenn die Fragen dann immer so dumm von dem abweichen, was eigentlich vorher gefragt wurde und dann nur so spärliche Informationen in den Beweisstücken stehen, dann kannst du es manchmal einfach nicht vernünftig nachvollziehen und dann das Richtige nehmen. Das ist doch bescheuert. Und ich finde es schon wieder schwachsinnig, dass man die Hälfte der Fragen richtig hat, 15 von 16 Beweisen gefunden und am Ende einen von 5 Sternen kriegt. Also mal ehrlich, das ist doch schwachsinnig. Und es war nun mal der naheliegendste Täter. Ist mir auch egal am Ende. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Interessiert mich nicht. Weiter. So ein Unsinn. Nee. Nee. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG You're two blocks behind first and second. We have more buildings to clear. There's barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The Captain doesn't want anyone falling behind. I tell the Captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover is a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Starcross, son of a bitch. No one wants to serve under him, he's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Oh, oh, oh. Das lief ja gar nicht gut für Cole. Naja. In the lysischen Gefilden. Klingt der abgefahren. Klingt, als ob das was mit der Firma zu tun hätte, die wir hier jetzt mit hatten. In dem Fall davor. Da hat jemand Spaß an Origami. Na klar doch. Aber nicht mehr heute. Nee, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ich habe gerade echt die Schnauze voll von dem Spiel. Den muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, das macht mir gerade einfach absolut keinen Spaß, weil es mal wieder absolut dumm läuft. Und, äh, ich werde dann beim nächsten Mal versuchen, mit ein bisschen mehr Motivation an die Fälle ranzugehen. Und ich denke mal, so viele werden nicht mal kommen. Und, äh, da dieser Fall vom Namen her so klingt, als ob er was mit dieser Firma zu tun hätte, die ja auf dem Gelände war, äh, das angeblich der Fördergesellschaft da mit gehören sollte. Vermute ich mal, dass es wohl weiter in die Richtung Regierung, äh, arbeitet dran, die Leute aus den Häusern rauszubrennen gehen wird. Und ich denke mal, dass sich das am Ende so weit hoch, äh, steigern wird, dass wir dann zu einem Problem werden und dadurch dann der Endkonflikt kommt sozusagen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Na gut, schauen wir uns beim nächsten Mal an, wie es weiterläuft. Jetzt werde ich mich erstmal vom Aufregen erholen. Mich hat's grad echt genervt, wie das gelaufen ist. Und dann halt die Klappe da drüben. Und dann läuft's hoffentlich wieder ein bisschen besser. Na gut, also beim nächsten Mal wieder weiter, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.